Musik 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 Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nun. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Egensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahl gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende ringt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte. Glauben wir. Hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es so weit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm, uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes. Gewappnet mit dem Wissen Aldeiris und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Ebenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Und damit willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, in der Remastered Version, Leute. Oh ja, ich bin noch nicht lange draus. Mein Name ist Desmond Miles und ich freue mich mit euch dieses Spiel durchzuspielen können. Und ich hoffe, wir kriegen die 100% hinlatten. Das wäre mein Ziel. Und jetzt schwingen wir. Und jetzt schwingen wir. Und jetzt schwingen wir. Die Grafik sieht in der Remastered Version sooo nice aus. Ja, Leute. Hier sind wir im Let's Play Assassin's Creed 3, Leute. Ja, ich bin ein Wissenestanscript Fan. Das wissen die meisten von den alten Zuschauern. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Das fühlt mich mega freuen. Und dann lasse ich mich mal durchdanken. Wie? Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen. Ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinaus kommen könnte. Und jetzt geht's. Wo sind wir noch geladen? Ah, hier ist es doch. Hier ist es doch, hier ist es doch. Huuuui!! Fuggen ab! Ja! Wie ist denn da? Na, wo sind wir hier raus? Na, wo sind wir hier raus? Ja! Und... Ja. Oh Gott. Die Schüsse, finde die Schüsse. Was? Wow. Ich bin in einem Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt. Keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schiel der Pimpel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. So, ich... Nein, schon gut verstanden. Und ich weiß, ich wollte das wohl nachher nicht so werden. Mit einem Schlüssel. Und ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich hätte sie besser praktisch, wenn sie keinen Effekt ausgelöst haben. Sie? Juna, gleich. Sie. Furchtsam. Okay, Desmond. Während du Konstantinupel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Alter. Kann ich mal so nicht tun? Ganz einfach. Geht zu der Anführung der Tür. Okay, jetzt muss ich gerne. Mein Mikrofon geht in die Ohren. Ja, so. Das bin ich. Bin ich. Ich kann gerade sehen. Okay. Perfekt. Es lohnt mich noch ein Parkour. Jumoi. Die Stadtdecke. Okay, Desmond. Jetzt fett mal auf diese Objekte. Okay, ist das hoch? ... Alter, du kannst nicht. Ach, ich hoffe dir, dass man rüber... ... ... ... ... ... ... ... So, ja. Perfekt. Lauf einfach durch diesen kleinen Kinderdespinkur. Hier wieder. Weiter geht's. Ich hoffe, wenn wir noch die Lassbrei-Reiation gefällt. Wir gehen dann noch oben da, oder? Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Wir probieren, bei jeder Mission, ob sie noch nicht mehr sonst sind, zu erledigen. Dass wir es zu 100% schaffen. Das wäre mein Ziel, dann. Ja, nun abgerunde, ja. Das ist gut, Rebecca. Ja, genau das mit. Okay, jetzt da rüber, da rüber. Wieder da rüber. Da, da, da und hoch. Perfekt. Perfekt. Die Symbolisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Perfekt. Dann haben wir geschafft. Okay, jetzt sehen wir... Okay, von mir. Ja, das Hefen-Kanway. So. So. Alles in Ordnung, Sir. Ja. So. Ja. Nicht nur ein Gedanke. Nur das. Unvergessen oder Einladung? Master Burge wird euch gelinden erwarten. Schafft sank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte behandelt euch. Es wird sicherlich lange dauern. Und dann werde ich gleich tot sein. Super. Eine tödliche Vorstellung. Das ist der Royal Garden, 17.14. Kann ich vielleicht noch eine Option haben? Wir sind das hier schon anschauen? Nee, noch nicht. Es wird Platz finden. Ja gut. Alle die Grafik gegen... Ich habe ja früher den Teil schon gespielt, der MS-Secretry. Es ist so krass geworden, das Remaster. Es ist krass. Das sieht so geil aus im Theater. Abendfette. Wört ihr noch? Ich kann euch gar nichts sagen, wie froh ich bin von dieser Wiederaufflung zu hören. Mit Abstand, es beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Wie? Einmal. Mein Vater nahm mich ins Kindnetz. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus noch heute nicht gern werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Echt? Habt ihr das auch? Ah, da ist sie schon. Das habe ich schon. Perfekt. In Abgelegenen Ortho-Clacken 3-Mode. Okay. Ja, schon ist die Masse. Ja, das zeigt ja sehr. Okay, ja, das ist schon alles. Kurz schon. Ah, ja, gut. Alles das gar nicht. Nein, hallo. Was ist das für eine Scheiße? Wir wollen schauen. Ich stehe nicht im Gebüttel. Keine Option aber mit sonstigen. Ja, moin. Die Lose klimmen. Ja, perfekt. Okay, drücken. Aha, um schnell zu bewegen und zu kläten. Ja, okay. Das erste Mal ist die alte Steuerung von Assassin's Creed reinkommen. Ich kann nicht wie lange hält, dass das letzte Mal gespielt hat. Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Wie lange die hier geadaptiert. Nur, bis dieses Theater eist. Ach, du meine Fresse. Das habe ich jedes Mal geästlich losknacken. Ja, die Tür geht noch. Die scheiße Truner. Ah, nee. Kriegt man nicht so viel. Gut. Im Weg über die Bühne finden. Oh, nee. Oh, nee. Hier fängt was auf, was du machst, ne? Einfach aufpassen. Ja, und runter geht's. Ja, und runter geht's. Und runter geht's. Ich bin hier oben, ne? Ey, die Kraft. Ich komme nicht klar, dann. Hey. Warum seid ihr nicht gekommen? Ihr hättet meinen Weg gefunden. Ja. Und dann hätte ich ja gewusst Dass es hilft Es tut mir leid Ja, mir auch Oh mein Junge Uuhuhu Schweig, Junge Schweig Feist Hier Wir müssen das Opernhaus verlassen Es geht nicht lange Gut Genau Wenn man von Teuf spricht Ich würde gerade sagen, es geht nicht lange Bis Sie die Leiche bemerken Wenn ihr wisst, dass der Flüchtige Jera hat sich gegen den Kopfscherl mit der Zeit zu stürzen, dann auch einfach... Ey, gehst du mal verkalt! Auf die Seite! Ey, was hat der Flüchtige noch gesagt? Ich sage, sie gibt die gleiche Klinge in den Hals. Ich habe den Flüchtige Jera. Gut, oder? Ich habe den Flüchtige Jera. Auf die Seite, Freunde. Perfekt. Und wie war die Oper? Sehr langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Wie ihr befiehlt. Faszinierend. Herr Mann, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Neue Hauses, Leere, die Torens kann. Ah, ja. Die, die die Welt beherrschen, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir daran vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Wache oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entziehen. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben nur ein Rätsel, diese Tonläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder? Wo sind wir am Freunden? Was ist zuerst? Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das wahre Haus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebet, verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte, schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Cameron. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lager ausfindet und den Inhalt im Besitz nehmen. Ich stehe zur Verfügung. Wohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als für mich. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von fünf Männern, die uns zugleichen. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Für diesen Männern wird es heute noch nicht gezählt. Nun. Dann mach ich mich mal aus dem Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet einen Schritt nach Osten. Es legen wir morgen dauernd ab. Reden um Helden und gereicht uns zur Ehre. Alter. 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 Das war's für heute. Das war schon Luft, das wir jetzt haben. Das kann ich da stehen. Einspüchen. Ja, das kriege ich schon hin. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ja, das ist gar nicht schön. 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 Ey, was spielst du da ein Spiel von Alter? Jetzt macht er mir dort zu 100%. Ja, das ist gar nicht schön. Hihi. Ciao. Geil. Dann geht das geil. Jetzt habe ich ein Scheissproblem zum Schieben. Das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich werde mit dem runtergehen. Wann kann der rein? Scheisse. Mann. Ich muss den hier blocken, sonst kommt keiner wieder zurück. Der macht 100% diesen Move. Ja, okay dann. Nee, ne? Ja, ja. Du musst mich auch gerne. Hehehe. Der kann nirgends ne Tochter rechts. Ich mach ihn fertig, Alter. Ich mach ihn fertig. Ich mach ihn fertig. Oh, das muss ich nicht. Er glaub nur noch drei hat auf der Springer. Ach nee, fuck, Alter. Das ist aber dann scheisse. Dann kann ich nichts mehr auf dich machen. Hahaha. Okay. Okay. Ich muss jetzt eins setzen. Jetzt rufe ich mich auch, Alter. Ach du Scheisse. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich geschissen, Mann. Fuck. Bist du dumm, Alter. Bist du dumm? 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 Ich bin mir doch dran. Das ist der, ich hatte gekonnt, aber auch hier so gut ist verloren. Haha! Nice! Okay, das ist geil, dass man das auch kann. Rät mir mal noch. Guten Morgen, Butter. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich da habe. Arbeitet ihr hier an Bord, oder seid ihr nur ein Passagier? Ich habe etwas von beiden geschützt. Ich wurde von der neuen Nähe behauptet, die Söhnlichkeit zu untersuchen. Ich beobachte die Krühe während der Übergang. Die Leute, die das Singler hatten, hatten mir mehr besser bekommen, als den Rest von uns. Ich dachte, ihr habt Erfolg für diese Verarbeitung. Ja, ich glaube, danke für die Bord. Ich glaube, das ist ein Passagier. Okay, wir werden die nächste Folge. Ich hoffe, wir werden die nächste Folge sehen. Ich hoffe, wir werden die nächste Folge sehen. Ich hoffe, wir werden die nächste Folge sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.